Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit einem neuen Teil von Barlow's UI, heute mit den Addons DBM und VEM. Und ich könnte jetzt natürlich irgendwie DBM aufrufen und jetzt versuchen, irgendwelche Dinge einzustellen, aber ich glaube, das muss ich gar nicht machen. Ihr kennt DBM und ihr kennt vermutlich auch ein bisschen zumindest den Optionsframe von DBM. VEM ist mein Voice-Tool, das was mir ansagt, Stay Away From Lines und Taunt Boss und Danger Danger, das ist VEM. Die beiden Dinge funktionieren nur zusammen, DBM und VEM und das ist auch einer der Gründe, warum ich DBM benutze, weil es dafür VEM gibt. Ich gebe euch beide Links, habt viel Spaß damit, in diesem Sinne, tschüss sagt euer Onkel Barlow.